Hallo und wieder herzlich willkommen bei Drakensang online mit zwei neuen Bonus-Codes, die wir uns natürlich jetzt gleich ansehen. Ich will euch ja nicht lange warten lassen. Okay, das zahlt sich echt aus, also bitte dringend holen. 10 vergoldete Kleblätter, 300 Fluchperlen, das heißt, Drakern kommt zurück, eine Woche Premium, sehr schön, den Spa brauche ich mir bald keine mehr kaufen, wenn das so weitergeht, wieder 7 verändertes Keresit und geschliffener Edelsteinbeutel und 5 Amphorenschlüssel. Jawohl, das ist ja mal ganz toll und 100 vergoldene Kleblätter. Ja, sehr schön, wunderbar. Ich gehe gleich schauen, was ich mir drum kaufen kann. Wow, das ist ja bald schöner als Weihnachten gewesen. Ja, bitte schnell einlösen und wir sehen uns beim nächsten Mal.